Leo mag lieber Schokoladenkuchen. Ich habe keinen Schokoladenkuchen. Mag Leo denn auch Käsekuchen? Er will mal ein Stückchen probieren. Mama Wutz gibt Luzis geheimen Freund ein Stück Kuchen. Schorsch spielt mit seinem Dinosaurier. Sousier! Schorsch, du sitzt auf Leo. Schorsch weiß nichts von Luzis geheimen Freund. Ähm, Leo Löwe sagt, er schafft seinen Kuchen nicht ganz. Also kann Schorsch ihn haben. Gehen wir jetzt zum Spielen nach oben? Ja, wir können verkleidenspielen. Ich frage erst mal Leo. Oh. Leo sagt, er spielt jetzt sehr gern verkleiden. Gut, dann komm, Leo. Peppa und Luzi spielen verkleiden. Peppa ist eine Fee. Ich erfülle dir einen Wunsch. Ich wünsche mir, ich bin Königin Luzi. Und Leo Löwe wird dann dein Hofnarr. Er will aber nicht der Hofnarr sein. Er will König sein. Da kommt Papa Wutz. Mama Wutz sagt, dass ihr ganz besonderen Besuch habt. Es ist doch bloß Luzi, Papa. Ist da nicht vielleicht doch noch jemand anderes, Peppa? Da ist jemand anderes. König Leo Löwe. Oh. Hoho, ich grüße Sie untertänigst, König Leo. Papa Wutz tut so, als könnte er König Leo sehen. Darf ich sagen, was für eine wunderschöne Mähne Sie haben? Ja, sie ist wirklich schön. Und er hat dazu seine besten roten Hosen an. Hoho, oh ja. Und seinen blauen Mantel. Dumme, Peppa. Leo hat doch gar keinen blauen Mantel an. Er trägt doch sein bestes grünes Hemd. Tja, es ist eben so ein grünliches Blau. Am Morgen besuchen Peppa und Schorsch Luisa Löffel. Mama Wutz kann fahren und ich lese die Karte. Bist du sicher, Papa Wutz? Wir verfahren uns immer, wenn du die Karte liest. Hoho, wir verfahren uns doch nicht. Na gut, seid ihr alle fertig? Ja, Mama Wutz. Also, los. Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt. Sie waren noch nie bei Luisa Löffel zu Hause. Papa, wann sind wir endlich da? Laut Karte ist Luisas Haus auf dem nächsten Hügel. Das kapiere ich nicht. Das Haus von Löffels müsste genau hier stehen. Dann sind wir falsch. Hier ist nur ein Garten mit Karotten. Wo mag Luisas Haus bloß sein? Hallo zusammen. Luisa! Kommst du mit in mein Kinderzimmer? Kinderzimmer? Aber wo ist denn euer Haus? Peppa kann Luisas Haus nirgendwo entdecken. Dieser Hügel ist unser Haus. Es ist ein Kaninchenbauch. Oh. Ich zeige es euch. Bis später. Bis später. Kommt rein. Wir haben keine Treppen. Wir haben Tunneln. Boah. Luisas Haus ist ganz anders als das von Peppa. Das ist unser Kinderzimmer. Toll. Du hast ein Bett, ein Fenster und eine Spielzeugkiste. Genau wie wir. Na klar. Ich mag dein Haus. Am liebsten wäre ich ein Kaninchen. Au ja. Ich bringe euch bei, wie ein Kaninchen zu sein. Ja, bitte. Zuerst muss man mit der Nase schnuppern und quieken. Wie ich. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Papa Wutz möchte Zeitung lesen. Ach, was für ein schöner Tag. Genau richtig zum Faulenzen. Papa Wutz liebt das Faulenzen. Du meine Güte, Papa Wutz. Wir haben den Garten ein bisschen vernachlässigt. Wie meinst du das, Mama Wutz? Die Wiese. Sie muss gemäht werden. Oh, mir gefällt das so. Sieht nach Wildgarten aus. Mama, Papa, komm. Kommt, spielt mit uns im hohen Gras. Das macht Spaß. Ho, ho. Na gut, spielen wir mit dem gepunkteten Ball. Oh, wo ist der hin? Der Ball ist im hohen Gras verloren gegangen. Den finden wir nie mehr wieder. Hm, vielleicht ist es Zeit, das Gras zu mähen. Ja, Papa Wutz. Ich hole mal den Rasenmäher. Ich bin ganz sicher, dass er hier ist. Ah, da ist er. Papa Wutz hat den Rasenmäher gefunden. Ist er nicht ein bisschen rostig? Unsinn. Der mäht das Gras in null Komma nichts. Ein bisschen rostig ist er schon. Ich könnte ja mal Opa Wutz anrufen und fragen, ob er uns seinen Mäher leiht. Wir brauchen Opa nicht anzurufen. Ich muss nur ein bisschen fester schieben. Der Rasenmäher von Papa Wutz funktioniert nicht besonders gut. Oh. Ich weiß was. Wir rufen Opa Wutz an. Hallo, Opa Wutz am Apparat. Hallo, Opa Wutz. Könntest du uns helfen, sehr hohes Gras zu mähen? Oh. Natürlich. Ich bin sofort bei euch. Tschüss. Ich glaube, das ist ein Job für Betsy. Opa Wutz fährt mit seinem Motormäher rüber zu Peppers Haus. Peppa und Schorsch schreiben Zoe eine Antwort. Was möchtet ihr gerne schreiben? Liebe Zoe. Liebe Zoe. Ähm, mir fällt sonst nichts mehr ein. Wie wär's mit, wir kommen gerne zu deiner Party, viele Grüße, Peppa und Schorsch. Welcher Briefumschlag sieht am schönsten aus? Der rote. Fräulein Zoe Zebra. Und zu guter Letzt die Briefmarke. Der Brief kann nun verschickt werden. Das ist der Briefkasten. Und das sind Klausi, Luzi, Pedro, Luisa und Emily Elefant. Alle wollen einen Brief verschicken. Und hier kommt Peppa mit ihrem Brief. Rein damit. Und wie geht's weiter? Hallo, alle miteinander. Hallo, Peppa. Hast du meine Geburtstagseinladung bekommen? Ja. Und ich habe die auch schon geantwortet. Oh, danke. Meine Güte. So viele Briefe heute. Und dieser Brief hier ist von mir. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Brief. Ist der für mich? Kann ich ihn aufmachen? Er ist für dich, Zoe. Aber zuerst muss er ausgetragen werden. So ist das nun einmal bei der Post. Oh. Und weil es heute ganz besonders viele sind, fange ich jetzt mal an. Können Schorsch und ich auch mitkommen? Hopp an Bord, Peppa und Schorsch. Dann bis später. Peppa und Schorsch helfen Herrn Zebra, die Post auszutragen. Das ist das Haus von Familie Zebra. Dieser Brief ist adressiert an Fräulein Zoe Zebra. Fräulein Zoe Zebra. Fräulein Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. Ho, ho. Alle Briefe sind für Zoe. Das ist mein Brief. Darf ich ihn austragen? Selbstverständlich. Peppa liebt es, Briefe auszutragen. Dann geht's los. Oh, das Boot fährt rückwärts. Ah, die Brücke. Pass auf. Ups. Ach, das war knapp. Wiedersehen. Wiedersehen. Eine schöne Fahrt. Ich hoffe nur, mein schönes Boot bleibt heil. Nur keine Sorge, wird schon gut gehen. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Käpt'n Papa. Ich habe ein bisschen Hunger. Habe ich auch. Opa hat ein Picknick vorbereitet in der Kombüse. Was ist eine Kombüse? Eine Kombüse ist eine kleine Bootsküche. Kommt mit. Peppa und Schorsch klettern in den Bootsrumpf. Boah. Was für eine winzig kleine Küche. Wo ist das Picknick? Der beste Platz wäre hier drin. Das ist aber kein Picknick. Dann muss es hier sein. Das ist auch kein Picknick. In dieser Küche steht nichts am richtigen Platz. Oi, ein Fernseher. Papa Wutz kann das Picknick nicht finden. Das ist doch unmöglich. Wenn das meine Küche wäre, hätte ich das Picknick hier. Oh, gut gemacht, Peppa. Peppa hat das Picknick gefunden. Die Enten. Töschlich. Oh, da sind die Enten. Hallo, Enten. Wollt ihr etwas Brot? Peppa und Schorsch lieben es, die Enten zu füttern. Passt auf, Schilfgras voraus. Kein Problem. Opa Wutz' Boot kommt da bestimmt gut durch. Stecken wir fest? Nein, wir setzen zurück. Stecken wir jetzt fest? Ja. Kuckuck. 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 Du bist ja ein kleiner, lauter Kuckuck, Schorsch. Kuckuck. Guckt. Da drin tut sich schon was. Ui. Dummer Schorsch. Du hast ihn verpasst. Kuckuck. Kuckuck. Der Kuckuck war wirklich einsame Spitze. Kuckuck. Kuckuck. Und du hast es verpasst. Ist nicht schlimm, Schorsch. Du siehst den Kuckuck beim nächsten Mal. Ja, aber du musst warten. Der Kuckuck kommt nur einmal in der Stunde. Warten ist langweilig. Komm, Schorsch, wir spielen draußen. Schorsch will nicht nach draußen. Er wartet auf den Kuckuck. Es ist beinahe 10 Uhr. Schorsch hat fast eine Stunde auf den Kuckuck gewartet. Schorsch, komm zum Spielen. Dein Sausier will auch, dass du zum Spielen kommst. Grrrr. Grrrr, Sausier. Schorsch hat den Kuckuck wieder verpasst. Nicht weinen, Schorsch. Spiel doch ein bisschen im Garten. Ich ruf dich dann, wenn es Zeit für den Kuckuck ist. Fang ihn, Schorsch. Es ist fast 11 Uhr. Pepper, Schorsch, gleich ruft der Kuckuck. Schnell, Schorsch, damit du ihn nicht wieder verpasst. Schorsch rennt so schnell wie nie zuvor. Wir müssen sehr leise sein, damit wir niemanden erschrecken. Ja, Mama. Schorsch, pssst. Pepper und Schorsch folgen den Fußspuren. Guck. Ein kleiner Vogel hat die Fußspuren gemacht. Er ist auf den Baum geflogen. Wo? Hier, Pepper. Guck mal durch das Fernglas. Das Fernglas lässt alles größer aussehen. Ich sehe einen Küken. Zwei, drei kleine Küken. Äh, was die wohl gerne essen? Äh, die essen ja Würmer. Das ist ja eklig. Schorsch hat noch mehr Fußspuren entdeckt. Guck, was für winzige Fußspuren. Die Fußspuren stammen von Ameisen. Sie sammeln Blätter zum Essen. Machen sie sich einen Salat zum Mittag? Ja. Wo wir gerade davon sprechen, wie wäre es mit Picknick? Oh, das Picknick. Papa Wutz, du hast das Picknick im Auto vergessen, oder? Äh, ja. Aber das ist kein Problem. Wir gehen zum Auto zurück und essen da. Und wo entlang geht es zum Auto? Wir gehen der Karte nach. Hier entlang. Wie kommt denn der Baum dahin? Er ist nicht auf der Karte. Oh, Papa Wutz, wir haben uns verirrt, nicht wahr? Äh, ja. Wie finden wir denn jetzt unser Auto wieder? Schorsch hat noch mehr Fußspuren entdeckt. Oh, was für große Fußspuren. Sausier. Sehr interessant. Was? Hat Schorsch wirklich ganz echte Sausierspuren entdeckt? Nein, das sind unsere Fußspuren. Und wenn wir unseren Fußspuren folgen, dann finden wir auch den Weg zurück zu unserem Auto. Und zum Picknick. Hurra. Oh, ho, jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Wir haben es gleich geschafft. Oh, das kommt jetzt aber überraschend. Bitteschön. Danke. Schönes Schlittern. Da sind Luzi Locke, Luisa Löffel, Klausi Kleff, Zoe Zebra, Molly Mieze, Emily Elefant und Pedro Pony. Peppas Freunde können sehr gut Eis laufen. Peppa will auch Eis laufen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Bist du zum ersten Mal beim Eis laufen, Peppa? Ja. Soll ich dir zeigen, wie es geht? Nein, danke, Luzi. Ich glaube, ich kriege das schon alleine hin. Na gut, dann komm mit. Das ist ja unmöglich. Ich will überhaupt nicht mehr Eis laufen und damit Schluss. Mach dir nichts draus, Peppa. Jeder rutscht doch mal aus beim Eis laufen. Sogar ich rutsche aus. Guck mal. Hoppsala. Ho, ho, ho. Dummer, Papa. Schorsch, willst du auch Eis laufen? Nö. Schorsch war noch nie Eis laufen und er hat ein bisschen Angst. Ich passe auf Schorsch auf und du zeigst Peppa, wie man Eis läuft. Eis laufen ist ganz leicht, Peppa. Du musst einfach mit den Füßen schieben und gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Siehst du? Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Das ist einfach. Jetzt kann ich es schon alleine, Mama. Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Gut gemacht, Peppa. Guck mal her. Ich kann Eis laufen. Peppa macht das richtig gut. Ja, ich bin ja auch eine gute Lehrerin. Schieb, 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 schieb. Schlaf gut, Peppa. Tschüss. Luisa, Luzi und Emily sind schon da. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Ich habe meinen Teddy mit. Hallo zusammen. Zoe hat ihren Stoffaffen, Emily ihren Frosch, Molli ihre Eule und Luisa ihre Möhre. Möhre, Möhre. Herr Zebra guckt Fernsehen. Das ist besser. Ich hab was angeguckt. Aber das war uns zu langweilig, Papa. Papa Zebra geht jetzt ins Bett. Er muss morgen früh raus zum Post austragen. Du sagst es, Mama Zebra. Und macht nicht mehr so lange. Gute Nacht, Mama. Peppa und ihre Freunde machen sich bettfertig. Zoe's kleine Schwestern, die Zwillinge Susi und Sina, wollen auch dabei sein. Die Übernachtungsparty ist nur für große Mädchen. Sie sind so süß, die Kleinen. Können sie hier bleiben? Na gut. Aber ihr müsst versprechen, dass ihr wach bleibt. Versprochen. Oh, ein Klavier. Ich habe Unterricht. Hört mal. Funkle, funkle, kleiner Stern. Darf ich auch mal? Ich auch. Funkle, funkle, kleiner Stern. Wer du bist, das wüsste ich gern. Psst. Ihr müsst ganz leise sein, damit Papa Zebra schlafen kann. Ab in eure Schlafsäcke, bitte. Was machen wir jetzt? Bei Übernachtungspartys gibt's immer ein Mitternachtspicknick. Was ist ein Mitternachtspicknick? Wir essen was, aber heimlich. Oh. Solange Papa arbeitet, können wir alle Geburtstagsüberraschungen vorbereiten. Als erstes backen wir seinen Geburtstagskuchen. Wir brauchen Butter, Zucker und Mehl. Dann nehmen wir ein Ei. Und das Allerwichtigste, die Schokostückchen. Oh. Mama Wutz backt einen Schokokuchen. Papa Wutz liebt Schokokuchen. Dann alles verrühren. Mama, darf ich rühren? Ja, Pepper. Pepper liebt es zu rühren. Schorsch möchte auch mal. Gut gemacht, Schorsch. Jetzt ist genug gerührt. Bitte sehr. Papa Wutz Geburtstagskuchen. Hurra. Wir müssen ihn nur noch in den Ofen schieben. Mama, darf ich den Löffel ablecken? Ja. Du kannst den Löffel ablecken und Schorsch leckt die Schüssel aus. Yippie. Pepper und Schorsch lieben Schokokuchenteig. Armer Papa Wutz. Er verpasst den ganzen Spaß. Mama, darf ich Papa anrufen und ihm herzlichen Glückwunsch sagen? Das ist eine schöne Idee. In diesem Büro arbeitet Papa Wutz. Hallo, hier spricht der Löffel. Kann ich bitte mit Papa Wutz sprechen? Jemand für dich, Papa Wutz. Es klingt wichtig. Hallo, hier ist Papa Wutz. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Papa Wutz. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Peppa. Komm bald nach Hause, Papa. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch, Papa Wutz. Dankeschön. Es gibt noch was Wichtiges zu tun, bevor Papa Wutz nach Hause kommt. Ja, Papas Geburtstagsüberraschung. Pssst, Schorsch. Denk dran, es ist ein Geheimnis. Pssst. Schorsch ist ein bisschen zu klein. Seine Beine werden sehr schnell müde. Aber ich bin ein großes Mädchen und werde nicht müde. Es wird ein langer Ausflug, Peppa. Papa, bist du sicher? Ja, Papa. Ganz sicher. Na gut. Sind alles soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Ui. Ich gewinne. Das ist doch kein Rennen, Peppa. Das ist ein gemütlicher Fahrradausflug. Ja, Papa. Aber ich gewinne immer noch. Jetzt gewinnen wir aber. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Peppa, wir haben gewonnen. Nein, habt ihr nicht, Papa. Ich habe ja diesmal gar nicht mitgemacht. Aber jetzt wieder. Mich kriegt ihr nicht. Du freches kleine Schweinchen. Hallo, Enten. Wir machen einen Fahrradausflug. Hallo, Enten. Ich hatte vergessen, wie sehr ich Fahrradfahren liebe. Oh, ich hatte vergessen, wie sehr ich es hasse, bergauf zu fahren. Das Gelände ist ziemlich steil. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Aber seht doch mal die schöne Aussicht. Oh, du liebe Güte. Ist das anstrengend. Mama Wutz, du trittst ja gar nicht. Entschuldige, Papa Wutz. Ich habe die Aussicht genossen. Peppa und ihre Familie sind oben auf dem Hügel angekommen. Alle Freunde von Peppa sind auch da. Hallo, Peppa. Hallo. Wir wollen mit unseren Rädern ein Rennen machen. Peppa, fährst du beim Rennen auch mit? Oh, ja. Aber nur, wenn wir bergab fahren. Ja, gut. Peppa, was hast du in deiner Brotdose? Einen roten Apfel. Ich habe einen grünen Apfel. Komm, wir tauschen. Oh, ja. Peppa, Luzi, was macht ihr da? Luzi hat gesagt, ich soll die Dose aufmachen. Peppa hat gesagt, wir sollen tauschen. Ist schon gut. Aber bitte ebt euch was für das Picknick auf. Ja, Madame Gazelle. Der Bus ist am Fuß der Berge angekommen. Die Bergstraße ist sehr steil. Vorwärts, Bus. Du schaffst das. Vorwärts, Bus. Peppa und ihre Freunde sind auf dem Berggipfel angekommen. Seht mal die Aussicht. Oh. 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 Echos machen Spaß. Zeit für unser Picknick. Peppa liebt Picknick. Alle lieben Picknick. Wo sind die Enten? Die kommen doch immer, wenn wir Picknick machen. Dumme Peppa, Enten leben doch nicht in den Bergen. Hallo Enten, möchtet ihr etwas Brot? Heute haben die Enten Glück. Es gibt eine Menge Brot. Peppa ist nicht an den Ball gekommen. Peppa und Luzi lieben Tennis spielen, aber Schorsch fühlt sich ein bisschen ausgeschlossen. Schorsch, tut mir leid. Aber du kannst nicht Tennis spielen. Wir haben doch nur zwei Schläger. Ich weiß was. Schorsch ist unser Balljunge. Ja, das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Schorsch ist jetzt der Balljunge. Er muss den Ball holen, wenn er zu weit geschlagen wurde. Ich schlag auf, Luzi. Oh, vorbei. Balljunge. Danke, Balljunge. Oh, Balljunge. Danke, Balljunge. Oh weh, dieses Spiel gefällt Schorsch gar nicht. Da kommen Klausi Kleff, Pedro Pony, Molly Mietze, Luisa und Linus Löffel. Hallo zusammen. Hallo. Wir spielen Tennis. Können wir mitspielen? Aber wir haben nicht genug Schläger. Oh. Dann spielen wir was anderes. Wir spielen Fußball. Ja, Fußball. Mädchen gegen Jungs. Jeder braucht einen Torwart. Ich, ich. Ich, ich. Pedro Pony und Luisa Löffel sind die Torwarte. Wir fangen an. Mama Wutz sucht am Computer nach einem Spielzeugschrank. Aha. So, welchen nehmen wir? Können wir den dann nehmen? Bitte. Der ist perfekt. Mama Wutz kauft den Spielzeugschrank. Glückwunsch. Ihre Bestellung wurde registriert. Oh prima. Am nächsten Morgen kommt Herr Zebra der Postbote mit einer Speziallieferung. Post. Speziallieferung für Fräulein Peppa Wutz und Meister Schorsch. Was ist das? Es ist ein Spielzeugschrank. Oh, und warum ist der so platt? Tja, der ist zum Selberbauen. Oh. Keine Sorge, Peppa. Für deine Mama und deinen Papa ist das kein Problem. Wiedersehen. 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 Und was machen wir jetzt? Jetzt bauen wir den Spielzeugschrank auf. Ja. Merkwürdig. Es gibt keine Anleitung. Vielleicht ist der so einfach aufzubauen, dass man keine Anleitung dafür braucht. Mama, können wir helfen? Ja. Zuerst brauche ich ein Brett. Hier ist ein grünes Brett. Danke, Peppa. Und jetzt brauche ich vier Beine. Eins, zwei, drei, vier. Vier blaue Beine, Mama. Wunderbar. Wir sind in Nullkommanichts fertig. Hier ist eine rote Tür, Mama Wutz. Danke, Papa Wutz. So, fertig. Gut gemacht, Mama Wutz. Aber warum ist er so winzig? Wie sollen da unsere ganzen Sachen reinpassen? Er ist wirklich ein bisschen klein. Oh, Schorsch hat noch ein Stück gefunden. Ähm, vielleicht ist das ein Ersatzbrett. Warum ist Oma im Dach? Wir räumen den Speicher auf. Was ist ein Speicher? Der Ort, an dem wir unsere alten Sachen aufbewahren. Alt wie du, Opa Wutz? Haha. Sachen, die noch älter sind als ich. Dürfen wir helfen? Ja, gut. Omas und Opas Speicher ist ganz oben im Haus. Das ist die Tür zum Speicher. Wie kommen wir denn da hoch? Ich habe einen schlauen Trick. Hallo, meine Liebchen. Da ist Oma. Kommt mal rauf. Das ist unser Speicher. Boah. Ist der aber voll. Ja, er ist voll mit altem Kram. Pepper und Schorsch helfen uns, ein paar Sachen wegzuschmeißen. Gut, dann fangen wir am besten mit dieser Kiste an. Nein, nicht diese Kiste. Brauchen wir das denn noch? Das ist doch mein Buddelschiff. Und das? Das ist mein anderes Buddelschiff. Und diese hier? Das sind meine noch anderen Buddelschiffe. Ich brauche sie alle. Tja, aber irgendwas müssen wir wegschmeißen. Wie wäre es mit dieser Kiste? Nein, nicht meine Hüte. Oh je. Wir können uns nicht entscheiden, was wir wegschmeißen. Ich weiß was. Wir lassen Pepper und Schorsch entscheiden. Oh ja. Dann schmeißen wir diesen alten Koffer weg. Oh, nicht der Koffer. Das ist nicht irgendein alter Koffer. Das ist ein Plattenspieler. Oh. Und das war unsere Lieblingsplatte. Können wir sie hören? Ja. Die haben wir schon seit Jahren nicht mehr gehört. Papa, warum liegst du auf dem Boden? So kann man die Sterne am besten beobachten. Guckt mal die kleinen Sterne. Stellt euch vor, ihr würdet sie besuchen. Das ist der große Wagen. Ja. Und die beiden Sterne an der Spitze zeigen auf den Nordstern. Boah. Nordstern, Nordstern, bist du nah oder bist du fern? Wir besuchen dich sehr gern. Aber Pepper, die Sterne sind dafür viel zu weit entfernt. Sind sie noch weiter weg als das Meer? Oh ja. Aber durch ein Teleskop sehen sie viel näher aus. Haben wir denn ein Teleskop? Nein, aber Opa Wutz hat ein sehr gutes Teleskop. Können wir jetzt sofort Opa Wutz besuchen? Es ist viel zu spät. Vielleicht können wir mal eine Ausnahme machen, Papa Wutz. Hurra! Peppa und Schorsch fahren zum ersten Mal mit dem Auto durch die Nacht. Guckt, wir folgen dem Nordstern. Nordstern, Nordstern, funkelst hell und bist so fern. Alle haben dich sehr gern. Peppa und Schorsch sind am Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oh je, ich hoffe sehr, dass Oma und Opa Wutz nicht schon im Bett liegen. Was macht ihr denn hier um diese Uhrzeit? Wir wollen die Sterne sehen. Peppa und Schorsch würden sehr gern mal durch dein Teleskop gucken. Verstehe, gute Idee. Alle Mann mit aufs Dach hinauf. Hier ist es. Das alte Lieschen. Boah! Oh, diese Karte ist ein bisschen kompliziert. Sollen wir höher steigen? Ja, bitte. Höher, höher. Der Ballon steigt hoch in den Himmel. Oh, wo ist der Himmel hin? Keine Sorge, Peppa. Wir fliegen nur durch eine Wolke. Oh, da ist der Himmel ja wieder. Hurra! Luftballon, Luftballon, flieg mit uns auf und davon. Flieg ganz hoch, flieg ganz hoch. Höher als die Wolken noch. Guck mal, Teddy, wir fliegen ganz hoch. Peppa, sei vorsichtig, sonst fällt noch der... Teddy! Teddy ist runtergefallen. Frau Mümmel lässt den Ballon hinab sinken, damit Teddy gerettet werden kann. Ich kann Teddy nirgends sehen. Da ist er! Teddy hängt im Baum fest. Ich nehme diesen Anker, um Teddy zu retten. Langsam, langsam. Ich hab ihn. Papa Wutz hat Teddy gerettet. Teddy! Hurra! Oh je, niemand achtet darauf, wohin sie fliegen. Achtung! Baum voraus! Festhalten! Erst hing Teddy im Baum fest und jetzt hängen wir im Baum fest. Papa Wutz, weißt du, wo wir sind? Äh... Haben wir uns verfahren? Ja. Oh! Seht mal alle her! Ist das nicht Omas und Opas Haus? Ja, dann sind wir hier in Opa Wutz Garten. Dachte ich mir. Ahoi ihr! Oma Wutz und Opa Wutz! Du liebe Güte! Sausia! Ich wusste, dass es irgendein Dinosaurier-Ding sein würde. Ha ha! Drück mal auf seinen Bauch. Aaaaaaah! Wie schrecklich! Schorsch, ich habe dir eine Geburtstagskarte gemalt. Rat mal, was ich dir gemalt habe. Schorsch kann es nicht erraten. Ich wollte dir eine Blume malen. Schorsch mag keine Blumen. Aber dann? Habe ich dir etwas anderes gemalt. Einen Sausia! Das ist ein sehr schönes Bild, Peppa. Ja, ich kann sehr gut malen. Jetzt machen wir noch einen Ausflug als besondere Geburtstagsüberraschung für Schorsch. Yippie! Los geht's! Wohin fahren wir denn? Ihr werdet schon sehen. Die Familie fährt los zur Geburtstagsüberraschung für Schorsch. Gehen wir in den Zirkus? Nein, aber es ist genauso gut. Ähm, gehen wir ins Kino? Nein, viel besser. Ich komme nicht drauf. Wohin fahren sie bloß? Wir sind da. Familie Wutz ist am Museum angekommen. Warum sind wir am Museum? Kommt mit, ihr werdet schon sehen. Was könnte Schorschs Geburtstagsüberraschung wohl sein? Schorsch, was magst du am liebsten auf der ganzen Welt? Sausia! Schorschs Geburtstagsüberraschung ist ein Besuch in der Dinosaurier-Ausstellung. Mh, schon wieder diese blöden alten Saurier. Sausia! Hallo, Peppa. Hast du auch schön die Zähne geputzt? Ja, Doktor Elefant. Gut. Also, wer zuerst? Ich zuerst. Ich bin schon ein großes Mädchen. Guck zu, Schorsch. Setz dich auf den Stuhl, bitte. Gut festhalten. Hui! Weit aufmachen, bitte. Ah! Weiter, bitte. Ah! Also, dann gucken wir mal. Dr. Elefant guckt mit einem kleinen Spiegel hinter Peppas Zähne. Ich hoffe, du hast nicht zu viele Süßigkeiten gegessen, Peppa. Es ist ziemlich schwierig zu sprechen, wenn der Mund so weit offen ist. Ah, guck mal ab. So, schon fertig. Das sind herrlich saubere Zähne. Die hat sie von mir. Krieg ich jetzt den rosa Spezialsaft? Ja, aber nicht runterschlucken, Peppa. Spuck ihn aus. Schorsch, jetzt bist du dran. Nein! Schorsch möchte lieber nicht dran sein. Vielleicht kannst du den Dinosaurier mitnehmen, wenn der Doktor nach deinen Zähnen guckt. Sausier! Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Herr Dinosaurier. Es ist kein richtiger Dinosaurier. Er ist aus Plastik. Gut festhalten. Das machst du sehr gut, Schorsch. Und, zeigst du mir deine Zähne? Schorsch will dem Zahnarzt seine Zähne nicht zeigen. Schorsch, schön weit aufmachen. So wie ich. Ah! Ah! Ah, da sind sie. Schon fertig. Du hast sehr starke und saubere Zähne, Schorsch. Sind sie so schön wie meine, Dr. Elefant? Ah! Ja. Aber ich vermisse Luzi schon ein bisschen. Hm, lass uns Luzi anrufen. Hallo, Frau Wutz. Peppa möchte bitte Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir können wieder Freundin sein, wenn du dich entschuldigst. Tut mir leid, dass ich gesagt habe, du schummelst. Auch wenn du das wohl getan hast. Also, mir tut es leid, dass du je meine beste Freundin warst. Oh, das macht mir nichts. Ich finde schnell eine neue beste Freundin. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Alle Kinder sind auf dem Spielplatz. Klausi Kleff ist auf dem Karussell mit seinem besten Freund Pedro Pony. Schorsch ist auf der Wippe mit seinem besten Freund Linus Löffel. Wippen. 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 Luzi Locke ist auf der Schaukel, ganz alleine. Peppa spielt Minigolf, ganz alleine. Da kommt Emily Elefant. Darf ich auch mal spielen? Ja. Emily, Luzi Locke ist nicht mehr meine beste Freundin. Jetzt kannst du meine beste Freundin sein. Aber meine beste Freundin ist doch Molly Mietze. Oh. Miau. Hui. Zoe, wenn du magst, kannst du meine beste Freundin sein. Aber meine beste Freundin ist Luisa Löffel. Oh. Hui. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Ah, gut. Ich sehe, ihr seid wieder Freundinnen. Wir sind keine Freundinnen. Und wir werden nie wieder Freundinnen. Hm. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr das klärt. Peppa, entschuldige dich, Paar Luzi. Aber nur, wenn sie sich entschuldigt. Zuerst. Nur, wenn du dich zuerst entschuldigst. Ich weiß was. Ich zähle bis drei und dann sagt ihr beide gleichzeitig Entschuldigung. Na gut. Was ist los? Die Mädchen lassen uns nicht in ihr Baumhaus. Das ist nicht fair. Hoho. Ich denke, ich kann euch helfen. Kommt mal mit. Jetzt machen wir uns ein schönes und ruhiges Teekränzchen. Was ist das für ein Krach? Fertig. Jetzt habt ihr, Jungs, eure eigene Bude mit einer eigenen Zugbrücke. Eine Burg. Danke, Opa Wutz. Dürfen wir reinkommen? Nein, das ist eine Jungsbude und nur für Jungs. Aber ich liebe Burgen. Burgen sind nicht so gut wie Baumhäuser. Kommt, Mädels. Ich bin der König der Burg. Jede Burg braucht eine Flagge. Toll. Sie haben eine Flagge. Wir brauchen keine doofe Flagge. Da kommt Oma Wutz. Hallo Mädchen. Braucht ihr noch irgendwas? Eine Flagge bitte. Aber sie muss besser sein als die Jungsflagge. Ich schau mal, was ich tun kann. Ich bin der König der Burg. Hoho. Jede Burg braucht auch ein Telefon. Halt das mal. Haltet die Schnur schön straff. Dann könnt ihr mit den Jungs sprechen. Wir wollen nicht mit den Jungs sprechen. Und wir wollen nicht mit den Mädchen sprechen. Oma Wutz hat eine Flagge für die Mädchenbude gefunden. Dieses Kleid ist eine gute Flagge. Danke, Oma. Mama, warum sagst du so komische Wörter? Das ist Französisch, Peppa. Es heißt Hallo. Wie geht es dir? Und was schreibt sie noch? Ich helfe mal. Ich bin Französisch-Experte. Und was bedeutet das? Ähm. Papa Wutz putzt seine Brille, damit er den Brief besser lesen kann. Hm. Da steht gar nichts. Nur Unsinn. Es heißt, ich liebe Prinzessinnen und spiele gerne mit meinen Freunden. Genau das wollte ich sagen. Ich möchte Französisch sprechen. Vielleicht kannst du ja mit Elena Esel reden. Wie denn? Ihre Telefonnummer steht hier auf dem Brief. Gippie! Hihi! Bonjour. Est-il possible, que Peppa parle a Elena? Mama Wutz fragt, ob Peppa mit Elena sprechen kann. Hallo. Bonjour. Bonjour. Ähm. Was soll ich jetzt sagen? Comment ça va? Comment ça va? Wiedersehen! Au revoir! Au revoir! Was hat sie gesagt? Das war Französisch. Ahem. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa fragt, wie geht es dir auf Französisch? Sausia. Nein, George, so spricht man kein Französisch. Es ist morgen und der Zebra der Postbote bringt die Post zu Peppas Haus. Post! Hurra! Nun, was soll ich malen? Wirklich gut gewählt, George. Ich male den alten Kirschbaum. Was ist das? Eine Staffelei, Peppa. Da steht die Leinwand drauf. Was ist eine Leinwand? Sie ist wie festes Leinenpapier für spezielle Gemälde. Ist das Zahnpasta? Ho, ho. Nein, Peppa. Das sind ganz spezielle Farben für große Maler. Herrlich. Mit welcher Farbe wollen wir anfangen? Rot, bitte. Warum Rot, Peppa? Rot ist doch meine Lieblingsfarbe. Aber erst wollen wir den Himmel malen. Guck, welche Farbe hat der? Blau. Ist doch klar. Ja, sehr gut. Wir beginnen mit Blau. Jetzt ist der Kirschbaum dran. Wir brauchen Grün für die Blätter. Hier ist aber kein Grün. Kein Problem. Wenn wir mischen, und zwar blaue Farbe mit etwas gelber Farbe, dann wird's grün. Wenn man Blau mit Gelb mischt, gibt das Grün. Schönes, saftiges Grün. Und hier ist Gras. Was ist eigentlich mit dem Baumstamm? Wir haben ja gar keine braune Farbe. Wir mischen uns braun. Nämlich mit Grün und Rot. Grün und Rot ergibt Braun. Uh. Papa Wutz malt den Baumstamm und die Äste. Boah. Papa, kann ich die Kirschen malen? Gern, Peppa. Tauch deinen Finger in die Farbe und tupf sie auf den Baum. Eins, zwei, drei. Gut gemacht, Peppa. Jetzt ist Schorsch dran. Du bist wirklich ein großer Maler, Schorsch. Fertig. Das Werk ist vollbracht. Hurra. Oh, hier sind die Enten. Ehrliche Landluft. Jetzt errichten wir unsere Zelte. Peppa und ihre Freunde bauen die Zelte auf. Kinder, sucht euch je einen Partner, mit dem ihr euer Zelt teilen wollt. Luzi, wollen wir in ein Zelt? Ich habe es schon Zoe versprochen. Ähm, Entschuldigung, Luzi. Ich habe es schon Luisa versprochen. Luisa, du hast gesagt, du kommst zu mir. Oh ja. Emily, mit wem bautest du denn in ein Zelt? Ähm, Zoe. Oh ja. Gut, jetzt kannst du doch mit mir ins Zelt. Ja, toll. So, ich brauche noch Holz für unser Lagerfeuer. Wir holen Holz. Ich und Petro wollen Holz holen. Oh oh, ihr könnt alle Holz holen. Peppa und ihre Freunde holen Holz fürs Lagerfeuer. Wundervoll. Es ist Nacht. Peppa und ihre Freunde sitzen rund ums Lagerfeuer. Kinder, lasst uns etwas singen. Ja. Den Bing-Bong-Song bitte. Oh, ich weiß ja nicht. Binge von Madame Gazelle. Den Bing-Bong-Song. Also gut. Oh, wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Boom und nem Bing. Bong, Bing, Buu. Bing, Bong, Bing. Bing, Bong, Bing, 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 Bing. Bong, Bing, 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 Bing. Oh oh, also Kinder, Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht, Madame Gazelle. Jeden Tag. Und die Schweinchen in dem Zug machen Oink, Oink, Oink. Oink, 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 Oink. Und die Schweinchen in dem Zug machen Oink, Oink, Oink. Jeden Tag. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo. Hallo, Klausi. Wie ich sehe, fahrt ihr Spielzeug-Lock. Spielzeug? Gertrud ist kein Spielzeug. Wie geht's deinem kleinen Laster? Kleiner Laster? Mein Abschleppwagen ist ein richtiges Nutzfahrzeug. Opa, darf ich mit dem Zug fahren? Hm, das musst du wissen, Klausi, wenn du lieber Eisenbahn spielst. Danke, Opa. Bis später. Frau Mümmel fährt den Schulbus. Zu eurer Linken seht ihr ein paar Hügel mit Bäumen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Alle Freunde von Peppa sind da. Dürfen wir mit dem Zug fahren? Ähm, ich mache mit den Kindern eine Bildungsbus-Rundfahrt. Dienen Loks auch der Bildung? Aber auf jeden Fall. Wer von euch möchte denn lieber mit dem Zug von Opa Wutz fahren? Ich, ich, ich. Und wer möchte weiter hier im Bus bleiben? In Ordnung. Ihr könnt alle in den Zug. Ich fahre hinterher. Opa, kleine Lok macht Tuf, 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 Tuf. Opa, kleine Lok macht Tuf, 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 Tuf. Jeden Tag. Oh. 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 Mama, Papa, es ist ganz dunkel und die Musik geht nicht mehr. Der Staubsauger geht auch nicht. Und mein Computer ist ausgegangen. Oh. Mama Wutz versucht, das Licht einzuschalten, aber es geht nicht. Bestimmt ein Stromausfall. Was ist ein Stromausfall? Stromausfall heißt, es gibt keine Elektrizität mehr. Was ist Elektrischität? Elektrizität. Das ist, was alles hier am Hause antreibt. Kommt denn dann die Elektrischität wieder? Ja, aber in der Zwischenzeit brauchen wir eine Taschenlampe. Ich glaube, wir haben eine im Keller. Alles klar, ich geh sie mal holen. Geht das denn, Papa Wutz? Ho, ho, natürlich geht das. Ich sehe sehr gut im Dunkeln. Wer hat das da hingestellt? Oh. Papa, alles in Ordnung? Ja, es ist nur ein bisschen dunkel hier unten. Oh, jetzt fällt es mir ein. Ich glaube, die Taschenlampe ist in der Küche. Aha. Mama Wutz hat die Taschenlampe gefunden. Darf ich die Lampe halten, Mama? Na gut. Schorsch, guck mal hier. Peppa zieht eine lustige Grimasse. Keine Angst, Schorsch. Das ist doch nur Peppa. Oh, wir sollten Papa sagen, dass wir die Lampe gefunden haben. Papa Wutz ist immer noch im Keller und sucht nach der Taschenlampe. Sie muss doch hier irgendwo sein. Papa, wir haben die Taschenlampe gefunden. Zum Glück war sie die ganze Zeit in der Küche. Na, was für ein Glück. Ho, ho, ho. Peppa, das Baby ist viel zu klein, um Ball zu spielen. Aber wenn es nicht mit einem Saurier oder einem Ball spielen kann, was kann es denn dann? Es isst und es schläft. Und macht sowas. Tante Wutz, darf ich das Baby mal halten? Ja, wenn du ganz vorsichtig bist, darfst du Alexander mal halten. Alexander? Ja, so heißt er. Baby Alexander. Was für ein großer Name für so ein kleines Baby. Es ist ganz niedlich, obwohl es ein Junge ist. Oh, was riecht hier so? Vielleicht muss Alexanders Windel gewechselt werden. Wow, wie ekelhaft. Peppa, als Baby hast du auch Windeln getragen. Hab ich nicht. Mama, darf ich mit Peppa und Schorsch im Garten spielen? Ja. Chloe, ist es schön, einen Babybruder zu haben? Ja. Alexander ist sehr süß. Ich wünschte, Schorsch wäre so süß wie ein Babyschweinchen. Ich weiß was. Schorsch spielt unser Babyschweinchen. Er kann in meinen Puppenwagen. Das ist eine gute Idee. Nein. Schorsch möchte nicht das Baby sein. Schorsch, wenn du das Baby spielst, verspreche ich für immer und ewig zu dir lieb zu sein. Schorsch denkt nach. Und du darfst mit meinen Sachen spielen. Schorsch denkt noch mehr nach. Und wenn wir zu Hause sind, darfst du auch mit meinen Sachen spielen. Schorsch ist einverstanden. Was für ein süßes kleines Babyschweinchen. Da sind Luzi Locke, Molly Mietze, Zoe Zebra und Luisa Löffel. Hallo. Was macht Schorsch denn im Puppenwagen? Das ist nicht Schorsch, das ist ein Babyschweinchen. Es ist wohl Schorsch. Schorsch spielt nur unser Babyschweinchen. Ah. Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020